Paul! Ich bin hier, ich bin hier. Es ist lange her, dass du einen dieser Albträume hattest. Erzähl's mir, wovon hast du geträumt? Es sind nur Bruchstücke. Nichts ist deutlich. Ihr bekämpft die Hakon seit Jahrzehnten. Laden! Meine Familie bekämpft sie seit Jahrhunderten. Dein Blut kommt von Herzogen und großen Häusern. Hier sind wir alle ebenbürtig. Was wir tun, tun wir zum Wohle aller. Ich wäre dir sehr gern ebenbürtig. Vielleicht zeige ich dir den Weg. Kümmer dich um diesen Propheten. Schick ab den Täter. Fade Rauta, er ist psychotisch. Ich sehe mögliche Zukünfte, alle gleichzeitig. In so vielen Zukünften triumphieren unsere Feinde. Aber ich sehe einen schmalen Weg hindurch. Meine Treue gilt dir. Glaubst du mir das? Es ist eine Form der Macht, die unsere Welt noch nie gesehen hat. Die ultimative Macht. Ich werde dich lieben, solange ich atme. Du wirst mich nie verlieren, solange du bleibst, wer du bist. Überdenke, was du davor hast, Paul Atreides. Schweig still! Mit dieser Prophezeiung machen sie uns zu Sklaven! Tani! Du bist nicht darauf vorbereitet, was dich erwartet. Ich bin hierher. Ich bin ein Schmerz, der ein Schmerz. Dad, ich bin ein Schmerz.